Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft und schauen uns spannende Neuerscheinungen für den November 2019 an. Und sollte ich ein bisschen wirr aussehen, lag es daran, dass ich heute in den Sturm gekommen bin, der bei uns herrschte. Und ja, ich dachte, okay, irgendwie, ja, für ein Video reicht es sozusagen. Mehr musst du nicht machen, aber ja. Aber es würde euch wahrscheinlich am Ende gar nicht auffallen und es ist ja meistens so, dass es einem viel mehr auffällt. Und ja, wir wollen gar nicht über meine Haare sprechen, sondern natürlich über spannende Bücher, die im November erscheinen. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es so wenige sind, die ich spannend finde. Also meine Liste hat so mit acht begonnen und ich konnte sie jetzt aber tatsächlich auf vier sehr spannende Neuerscheinungen herunterdrosseln. Es waren ein oder auch zwei Weihnachts-Wintergeschichten dabei, wo ich dachte, das ist natürlich immer sehr speziell und da weiß ich auch noch nicht so richtig, welche ich lesen werde. Und das wäre für mich nochmal so ein Extrastapel, wo die dann vielleicht drauf kommen, wenn ich mich dann dafür entscheide, welche vier, fünf Weihnachtsbücher ich dieses Jahr lese oder auch höre. Und deswegen habe ich die runtergenommen. Also es sind vier Bücher, die ich entdeckt habe, wobei auch zwei tatsächlich Reihenfortsetzungen sind. Also es ist, ja, finde ich fast ein bisschen zu wenig. Ich habe schon gedacht, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber ich habe ja doch nichts vergessen, glaube ich zumindest. Aber ja, ihr findet die Infos zu den Büchern natürlich unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich wäre natürlich auch gespannt, ob euch die vier Bücher, die ich euch vorstelle, ansprechen oder auch welche Bücher ihr vielleicht auf eurer Liste habt. Und wir beginnen mit dem ersten Buch, das direkt am 4. November erscheinen wird. Und zwar ist das ein neues Buch von David Mitchy. Und zwar ist das die drei magischen Worte, buddhistische Weisheitsgeschichten, die das Leben verändern können. Nein, die das Leben wandeln können. Mit einem Vorwort von der Katze des Dalai Lama. Und ja, ich bin ja auf David Mitchy aufmerksam geworden, gerade wegen diesen Katzengeschichten, wegen der Katze des Dalai Lama. Habe ja, glaube ich, Anfang des Jahres auch die Geschichte von ihm gelesen, Buddhismus für Katz und Mensch oder Mensch und Tier oder irgendwie so. Und fand das ja auch super spannend. Und auch dieses Buch spricht mich wieder sehr an. Die Lieblingsgeschichte der kleinen Katze berühren Herz und Seele. Es war einmal. Nur drei kleine Worte und Ton tauchen wir ein in eine Welt der Magie und Fantasie. Im Kloster des Dalai Lama spitzt die Katze seiner Heiligkeit ganz besonders die Ohren, wenn hier die Abenteuer von Mönchen oder auch von Menschen wie du und ich erzählt werden. Die schönsten dieser Geschichten präsentiert die kleine Schneelöwin in diesem Buch. Geschichten voller Humor und Lebensweisheit, die uns wieder an Wunder glauben lassen. Die uns dazu inspirieren, die Welt mit anderen Augen zu sehen und uns zeigen, wie wir zu einem achtsamen, glücklichen Leben finden. Wir haben hier also kein Buch in normaler Romanform, sondern wir haben scheinbar Kurzgeschichten, die so ein bisschen als Märchenart aufgebaut sind und uns vielleicht wirklich Märchen aus Tibet, Indien, dieser Welt bringen, die eben die Katze des Dalai Lama kennt. Am Ende vielleicht sogar Geschichten, wo man sich vorstellen könnte, dass sie so passiert sind. Und das finde ich sehr faszinierend. Und David Mitchy kann für mich diese buddhistischen Weisheiten sehr leicht und luftig und modern rüberbringen, aber dennoch sehr nachhaltig und tiefgründig und mit ganz viel Besonderheit. Und ja, ich bin total neugierig auf dieses Buch und freue mich, dass es im November erscheint. Am gleichen Tag erscheint von Katinka Engel, Halte mich hier. Das ist der zweite Teil der Finde mich Reihe. Der erste Teil war Finde mich jetzt. Ist ja im Juni, Juli, August irgendwie erschienen worden, habe ich im Urlaub gelesen. Und der dritte Teil, Liebe mich für immer, wird dann im Februar erscheinen. Und ich habe den ersten Band unangefragt vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, hatte ihn mit im Urlaub und war tatsächlich doch ganz angetan von der Geschichte, vom Erzählstil, weil es ja eine Art, ich sage jetzt mal schon New Adult ist, aber doch irgendwie sehr erwachsen mit wenig Hin und Her und doch sehr viel Tiefgründigkeit und Emotionalität. Und das hat mir an Halte mich, nein, Finde mich jetzt wirklich gut gefallen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, erst so auf Seite 200 das erste Mal Augen gerollt. Von daher, das war schon nicht schlecht. Und mir hat wirklich der Schreibstil von Katinka Engel gefallen. Eigentlich dachte ich auch während des Lesens noch, naja, ob man da jetzt wirklich die Serie weiterlesen muss, sollte, könnte, da man ja immer einen anderen Charakterpaar, also ein anderes Charakterpaar im Grunde bekleidet. Also es geht immer natürlich um einen Jungen und ein Mädchen. Und man kennt natürlich die anderen jetzt schon durch den ersten Teil, aber man kann die bestimmt auch unabhängig voneinander lesen. Ich habe dann nur den Fehler gemacht und habe sozusagen in die Leseprobe von Band 2 gesehen und weiß, um wem es geht und dachte, ja, gerade sie fand ich schon im ersten Teil mega spannend. Und dementsprechend, ja, muss ich jetzt natürlich auch den zweiten Band lesen. Und auch mit halte mich hier finde ich tatsächlich irgendwie ganz treffend formuliert, wie ich finde. Für die Liebe wachsen sie über sich selbst hinaus. Sie sind sich bislang nur einmal begegnet. Doch bei einem gemütlichen Abend unter Freunden sprühen zwischen den beiden plötzlich die Funken. Zelda ist als unangepasste Nesthäkchen einer reichen Familie und soll standesgemäß heiraten. Nichts wünscht sie sich mehr, als ihre Bestimmung im Leben zu finden. Malik stammt aus einer armen Großfamilie und träumt davon, eines Tages als Koch zu arbeiten. Das Glück, das sie empfinden, wenn sie zusammen sind, lässt zunächst alle Bedenken in den Hintergrund treten. Doch Maliks Hautfarbe sorgt dafür, dass die Beziehung der beiden nicht nur von Zeldas Familie abgelehnt wird. Gemeinsam kämpfen sie gegen alle Widerstände für ihre Liebe und die Verwirklichung ihrer Träume. Wir kennen Zelda und Malik ja bereits aus Band 1 der Reihe und haben da so ein bisschen schon Hintergrundinfos über die beiden, aber natürlich wird ihre Geschichte hier vertieft und man merkt natürlich schon, dass es sehr viele Konflikte geben wird. Ich weiß tatsächlich noch nicht, ob mir diese Art der Konflikte gefallen werden, ob es Geschichten sind, die ich dann auch gut finde oder ob sich diese Reihe mit dem zweiten Teil vielleicht doch irgendwie für mich in eine Richtung entwickelt, die ich eben bei New Adult in der Regel nicht mag. Ich kann es noch nicht sagen. Da hat der Stil von Katinka Engel sehr gut gefallen und ich glaube, ich werde dem zweiten Band auf jeden Fall eine Chance geben. Das nächste Buch ist Redwood Dreams. Es beginnt mit einem Lächeln und gehört zur Redwood-Reihe von Kelly Moran. Die Redwood-Love-Reihe ist ja im letzten Jahr, glaube ich, war, glaube ich, im letzten Jahr oder war das schon dieses Jahr? Ich bin mir gerade unsicher. Eingeschlagen wie eine Bombe. Wir sind hier ja in Redwood unterwegs, einem kleinen Dörfchen. Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig wo, irgendwo ländlich in den USA und es gab drei Teile und mir haben alle drei Teile sehr gut gefallen. Der letzte Teil war für mich so ein bisschen mit am schwächsten, weil er tatsächlich ein bisschen von seiner Logik, sage ich mal, abgewichen ist und auch wieder ein bisschen zu New Adult-ig geworden ist. Teil 1 und 2 fand ich aber wirklich Hammer, haben mich total überrascht erwischt und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so ein gehyptes New Adult-Buch tatsächlich gut finden werde. Wobei ich tatsächlich nicht davon überzeugt bin, dass es New Adult ist, weil die Charaktere eigentlich schon zu alt dafür sind, aber es sind natürlich schon, ich sage jetzt mal, klassische Liebesromane. Und es wird jetzt tatsächlich weitergehen mit einem vierten und einem fünften Teil. Spielt also im gleichen Universum. Und es wird Redwood Dreams eben heißen, nicht mehr Redwood Love. Und wir haben hier eben, dass es mit einem Lächeln beginnt und der zweite Teil erscheint dann im Februar. Und da beginnt es dann mit einem Knistern. Und ja, der vierte Teil, wenn man ihn jetzt so nennen möchte, erscheint jetzt am 19. November. Und es heißt so schön, ein Ort zum Verlieben. Ella Sinclair fühlt sich manchmal unsichtbar. Und ja, sie würde das gern ändern. Nur nicht gerade jetzt. Jetzt wäre sie am liebsten tatsächlich unsichtbar. Denn irgendwo ist sie ins Fadenkreuz der O'Grady-Dame geraten. Das sogenannte Drachentrio herrscht mit eiserner Faust und Haferkeksen über den kleinen Ort Redwood und verkuppelt jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Als wäre das nicht schlimm genug, hat das Trio auch noch Jason Burkwell für sie auserkoren. Ella bringt in der Nähe des sexy Feuerwehrmanns kaum zwei zusammenhängende Worte heraus. Das kann nur schief gehen. Sowas von schief. Humorvoll, emotional und sexy. Eine Liebesgeschichte zum Wohlfühlen. Und das trifft es für mich tatsächlich auch, was zumindest Teil 1 und 2 angegangen ist. Es waren für mich wirklich Liebesgeschichten mit Charme, mit Flirten, mit Knistern, mit dennoch ein bisschen ernsteren Themen. Aber immer so, dass man sich wohl gefühlt hat. Und das erwarte ich jetzt auch von Redwood Dreams. Und ich hoffe, obwohl ich jetzt schon bei Ella denke, kann ich mich mit ihr anfreunden. Hoffe ich, dass mich diese Geschichte auch begeistern wird. Und dann natürlich auch der fünfte Teil, bei dem ich jetzt aber noch gar nicht nachgesehen habe, um wem es da geht oder wer da die Hauptcharaktere sein werden. Und auf das letzte Buch warte ich schon eineinhalb Jahre. Ja, ich bin und war und werde so gehypt vom ersten Teil. Und ich fand auch den zweiten grandios. Und als ich den Autoren dann auf der Leipziger Buchmesse 2018 getroffen habe, war ich noch mehr hin und weg. Und ich warte sehnsüchtig auf den dritten Teil. Und ich habe mir für den November vorgenommen, beide Teile vorher noch mal als Hörbuch zu hören. Denn sie sind großartig vertont mit unter anderem der Synchronstimme von Sean Bean und auch Uwe Teschner. Und ich glaube, jeder weiß schon, von welcher Reihe ich nun spreche. Es ist Seiz von Nils Schustermann. Der dritte und finale Teil folgt nun endlich am 27. November. Es wird eine limitierte Erstauflage geben mit Wendecover. Man hat, blöderweise, wie ich tatsächlich finde, mir gefallen ja, also ich fange von vorne an, mir gefallen selten die deutschen Cover besser als die originale. In dem Fall war es aber so. Ich habe Teil 1 und 2 absolut gefeiert. Sie haben ja so geschimmert in Kupfer und Gold und es sahen wirklich ganz wunderbar aus. Und man ist jetzt irgendwie auf die Idee gekommen, ach, jetzt kommt bald der dritte Teil. Holen wir uns doch andere Cover. Ja, ein Traum. Für jemanden, der tatsächlich Band 1 und 2 hier hat und sich jetzt denkt, also wenn der dritte Teil da jetzt nicht dazu passt. Tiefe Schnappatmung, würde ich sagen, obwohl ich sonst überhaupt nicht darauf Wert lege oder irgendwas. Aber es wird in dieser Auflage jetzt so sein, dass man ein Wendecover hat, dass man sowohl das neue, etwas abstraktere Cover, ich denke, vielleicht blende ich euch beide einfach mal ein, das abstraktere Cover sozusagen haben kann, aber es scheinbar ja auch so umdrehen kann, dass es dann wieder zu meiner Reihe passt. Also weil ich das jetzt gesehen habe, auch bei Teil 1 und 2 ist das jetzt wohl so, dass man das drehen kann. Damit bin ich tatsächlich ein bisschen versöhnt in der Hoffnung, dass ich natürlich die erste Auflage erwische. Das bedeutet, dass ich am 27. November in die Buchhandlung hechte, denn ich möchte tatsächlich, dass dann meine Cover schon zueinander passen. Also ja, ich lege wie gesagt sehr selten Wert darauf, aber ja, wenn man schon die Möglichkeit hat und gerade bei den schönen Covern, aber gut. Bei Scythe geht es ja um eine Endzeitgeschichte, denn es heißt hier auch so schön, ich möchte gar nicht so viel verraten, das ist natürlich ein dritter Teil, stell dir eine Welt vor, in der Armut, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch in dieser perfekten Welt müssen Menschen sterben. Die Entscheidung über Leben und Tod treffen die Scythe. Sie allein entscheiden, wer sterben muss. Und nicht alle Scythe halten sich an alte Regeln. Und das umschreibt die Geschichte eigentlich schon gut. Wir sind eigentlich in einer Utopie, in einer Welt, in der alles perfekt ist, jeder perfekt sein kann, niemand mehr sterben muss, niemand mehr leiden muss, keiner mehr krank wird. Aber es gibt eben diese Art Gilde, die Scythe, die eben trotzdem dafür sorgen, dass der Planet nicht von Menschen übervölkert wird, sondern es müssen eben nach wie vor Menschen sterben. Es gibt da eben auch Regeln und wir lernen im ersten Teil zwei Charaktere kennen, Jugendliche, die ausgewählt werden, um eben in dieser Gilde aufgenommen zu werden. Und diese Geschichte verfolgen wir natürlich so ein bisschen. Es gibt natürlich da auch Machtkämpfe und Streitereien und die Frage, ja, was ist eigentlich richtig, was ist falsch? Mich hat der erste Teil total weggeflasht. Der zweite Teil war ebenso Hammer. Und auf den dritten freue ich mich jetzt unglaublich. Und da es jetzt auch das Finale ist, lohnt es sich natürlich, einen Reread von Teil eins und zwei zu machen. Das habe ich im November vor. Ich habe beide ja als Hörbuch da und werde mir die anhören. Und ich freue mich wirklich mega. Und ich freue mich aufs Finale. Und ja, ich bin total happy, dass es nun endlich soweit ist. So, und das waren sie nun auch schon, die vier Bücher, auf die ich mich im November freue. Und ich bin gespannt, auf welche Bücher ihr euch freut. Ob ihr vielleicht von den vier Büchern wusstet, die ich euch nun ja im Grunde vorgestellt habe. Ob euch die auch begeistern und interessieren oder ob ihr sagt, das ist so gar nicht eures. Lasst mir das gerne in die Kommentare da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Infos zu den Büchern, wie gesagt, auch unten in der Infobox. Und ich glaube, ich habe jetzt auch nichts groß irgendwie vergessen. Das waren vier Bücher und ich freue mich auf den November. Und danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.